was geht ab leute zu später stunde ich habe wieder mal ein bisschen zu lang hat und gezockt aber wir müssen wieder anfangen in die routine zu kommen und wieder regelmäßig videos hochzuladen ist ja momentan safari zone st louis jeder der ticket warum auch immer gekauft hat der kann von zuhause aus dass sie werden nutzen und die verschiedenen sports bekommen zum beispiel scheinen teduosa das regionale dort war plauder guy auch nicht schlecht sehr saftig und die kognito buchstaben st louis ich weiß gar nicht was da von mir fehlt aber das hat mich auf eine idee gebracht wir bringen mal wieder home react alte folgen nostalgie und zwar da haben echt viele drauf gewartet sogar mein erstes kognito kontroverses video denn die qualität war so schlecht und und ich habe keinen körper geworfen neben geschichte das war das erste video das spiel trennt von mir gesehen habe damals das war anfang 2 mit gen 2 habe ich ja erst so richtig angefangen losgelegt und ja wir werden es gleich noch sehen ich habe nicht körper geworfen und der wind war ziemlich schrecklich und ja sehr kontroverses video auf geht's moment leider habe ich viel 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 später erst erfahren dass es so was hier gibt viele lachen drüber aber das nennt sich wind slayer und ist einfach nur krass vor allem für die gopro jetzt die neue gopro nicht die hat erstens eingebautes ding neues regulierung blablabla und außerdem habe ich da auch ein mikro mit flausch ding und so weiter problem ist bei dem das mikro richtet sich halt nach vorne und meistens wenn ich irgendwie so filme also in die richtung spreche ich so aber das schaut in die richtung also ist nicht ideal meistens mache ich einfach wunde mikro ist auch nicht schlecht dann ist besser vom ton her aber auf jeden fall das hätte damals sehr sehr geholfen schade der wind slayer richtig geiles teil ok das ist echt heftig ich mach mal ein bisschen leiser ich das eure mikrofone und so was äh kopfhörger euch leiden lassen die kognito stunden spawn der allererste münchen ok das echt leiden ich frage mich ob die das riesen hat da schon fertig wort und das auf einmal aus dem ist einfach so ein riesengott da war ich auch schon oben dort zu echt ist eine geile erfahrung wo ich mache noch leiser alter tun mir leid jungen wird es echt heftig oh mein gott da ist es oh mein gott heftig level 37 war ich ich laufe mit lavita gum skarry den gab es damals noch nicht shiny seht ihr habt ihr gesehen wie ich geworfen hab deswegen habe ich keinen körper geworfen mehr dazu gleich noch ich habe immer chillig mit einer hand geworfen so hatte damals noch das alte handy das ist relativ klein ich habe immer ein hand einfach schnell so den daumen hoch zack zack mein gott der wind ist immer schrecklich aber alter war noch nie so schlimm tonhalle da hatte ich mein abi feier sogar genau da in der tonhalle ich hoffe ihr hört was ich will jetzt nicht mal lauter und leiser machen alter wie die poko und aber zum außen es gab ja eine grafikänderung du wärst immer noch an es gab damals schon bären und so man hätte damals eigentlich schon den funfig machen können oder nicht damals hat ihn keiner erkannt oh mein gott da ist er es gab noch keine goldenen bären keine goldenen bären ich weiß einfach nicht kurz damals wusste ich nicht das curve die fangen chancen erhöht und ich habe es mir angewöhnt im winter ich hatte immer eine hand in der tasche weil es halt kalt ist und die andere habe ich immer so chillig gespielt und so geworfen und das hatte ich mir dann immer angewöhnt und dann wenn es halt zu kalt war hand gewechselt und immer immer einhändig gespielt und dadurch habe ich mir das angewöhnt und ich wusste halt nicht dass es die chancen verbessert aber bam ikognito alter das waren noch zeiten drei bombungs wie viel stopp hatte ich da dreieinhalb millionen das war damals krank junge jeder hat meinen dreieinhalb millionen stopp beneidet die alle anderen so verschwendet für aquanas und so garados und so jeder hat sich so 20 30 schlechte garados hochgezogen und ich lach da so mit meinen dreieinhalb millionen auf jeden fall damals die zeit mit ikognito das waren so heftige zeiten jedes ikognito war einfach heftig und jetzt ist halt safari zonenbelohnung halt fährst du zu einer safari zone dann kriegst du halt die oder irgendeine wende diese heftigen super mega spawns wo man einfach alles stehen und liegen lässt und dann dahin fährt das war so geil damals unter anderem eben ikognito vielleicht reagieren wir auch noch aus meinem erstes despater und mein zweites despater alter wie das damals auch sah tausend jemand Münzen hatte ich alter wie das auch sah und so wenige medaillen ich bin krasser medaillenjäger ich bin krasser medaillenjäger alter maul man schau mal was ich sonst zu fliehen werde für den tag oi der milas und michi die gangste milas und michi die zwei alten das sind auch damals top jäger gewesen die top jäger damals sind labita glaube ich gespawnt damals natürlich auch selten jedem labita eigentlich hinterher gefahren gelaufen gejagt damals auch noch ne kann man den kennen wir den das verstehe ich auch gut aber kenn ich nich das ist glaube ich jetzt besser doch den camera oder nicht mein gott hoffentlich ist das nicht irgendwie jetzt copyrighted so viele von den so viele von den alten music liedern sind jetzt mittlerweile schon auf die ganze alten videos da verdiene ich keinen cent weil alles so jetzt copyrighted ist das ist ja auch nicht level 37 man wo sind wir da sind wir echt für den navi da eingehen noch auf englisch damals gehabt mein gott schmeißt doch kerf digga schmeißt doch kerf schmeißt doch kerf digga der normal gelbe berger 71 bonbons obwohl ich mit dem laufe auch noch city golfplatz alter wo sind wir da sagt nicht aschein golfplatz aschein oder so der michi zum beispiel wo wir ihn noch nicht kannten so lustige story man sieht halt nur im whatsapp chat zum beispiel michi stehen die namen halt und wir treffen uns so und wir erwarten halt so einen michi auf einmal kommt dieser chinese so lustig wie wir damals noch angst hatten vor account sharing junge account sharing dir passiert nichts account sharing durch die ganze welt dir passiert nichts man 10 20 accounts gleichzeitig hier da zack nichts passiert wie wir damals noch angst hatten man die ganzen youtube haben ja die amerikanischen nicht wirklich ja die haben so kleine accounts nicht aber die haben ja nicht so ganz so ben tim ging es da echt oder was ich will sie mit gesund ich glaube das war es was passiert nicht ich habe extra noch ganz viele smileys gemacht ich habe schon gesehen so der war es wirklich so das ist bestimmt egal wir steigen uns nur ah das war es jetzt äuß ich bescheiden woher der wind geht danke danke mit dir das war es 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 damals noch gute alte zeiten danke tschau oh wieder Mieler Schlinger das geht schon ab das machen kleine spontane tour nice das war es das war es alter geile transition das war es Leute oh mein Gott das war mein erstes incognito ja das war so eines meiner ersten großen Videos durchbruchvideos das mehrere Leute die bereite Masse YouTube Algorithmus und so weiter und auch Grüße an Spieletrend Spieletrend damals gesehen hatte und ich vermisse die Zeiten diese krassen spawns ich meine was würde mich heutzutage noch so diesen Adrenalin rausgeben und mir den Kick geben los zu rennen eigentlich nur ein hunderter den ich noch nicht habe das sind 30-40 Stück von denen kann glaube ich nicht mal alles davon spawnen also ich glaube eine Handvoll 20 maximal hunderter die mir noch fehlen nicht mal 20 glaube ich die mir noch fehlen die spawnen könnten wo ich jetzt direkt loslaufen würde auf jeden Fall das war's von mir Leute kleine Reise in die Vergangenheit von Reacts erstes Ikognito ihr wisst bescheid wie immer liken, subscriben, kommentieren checkt die Videos ab folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter checkt den Shop ab vergesst nicht Pokemon is serious business